Warnung! Es folgt ein Disclaimer. Falls Sie einen anspruchsvollen, unterhaltsamen und guten Podcast erwarten, dann schalten Sie jetzt ab. Den finden Sie hier genauso wenig wie albernes Zauberstabgefuchtel und kindische Hexereien bei Professor Snape. Das Anhören dieses Podcastes kann zu bleibenden Hirnschäden führen und außerdem Kinder traumatisieren. Besonders abgeraten wird dieser Podcast alten Leuten, Kindern, Schwangeren und nicht-schwangeren Menschen. Sie sollten diesen Podcast auf gar keinen Fall hören, wenn Sie gerade Auto fahren, schwere Maschinen bedienen, Ihren Rasen mähen, aufräumen, zocken, kacken oder mit Ihren Bauklötzen spielen. Sollten Sie gerade beim Kacken zocken und nebenbei mit Bauklötzen spielen, so sollten Sie diesen Podcast erst recht nicht hören. Sie wurden gewarnt. Hallo und herzlich willkommen. Zu einer neuen Folge Harry Potter Bookcast. Mein Name ist Fabi aka Black Diagon und gemeinsam analysieren wir in jeder Folge ein Kapitel aus dem Buch Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Wir besprechen Übersetzungsfehler von Klaus Fritz, tadeln ab und zu die Kontinuität, hinterfragen alles mit Logik, was man in einer Geschichte wie Harry Potter definitiv nicht machen sollte. Ich erzähle euch allerlei Fakten und Hintergründe, verliere mich dabei in den Untiefen der Zauberwelt, komme daraus wieder hervor und baue euch sehr ungeschickt eine neue Podcast-Folge, die ich euch dann hart in die Fresse schmettere. Willkommen zurück beim Bookcast und heute habe ich mal keine Kommentare für euch. Heute machen wir mal was anderes, denn ich möchte euch einen Wunsch erfüllen. Den Kommentar, den ich in den letzten drei Jahren am häufigsten gelesen habe, war die Bitte, ob ich nicht mal Coldmirror in meinem Podcast holen kann. Und ich hatte ihr schon vor einiger Zeit eine Mail geschrieben und was soll ich sagen? Ich habe eine Antwort erhalten. Ja, tatsächlich hat Kaddi mir geantwortet. Und um gleich mal den Wind aus den Segeln zu nehmen, sie wird nicht in meinem Podcast auftreten. Allerdings habe ich ihr ein paar Fragen zugeschickt und diese Fragen hat sie mir schriftlich beantwortet. Deswegen lese ich euch heute keine Zuschauer-Kommentare vor, dafür aber die Antworten von Kaddi. Meine erste Frage an Kaddi, wie war die Zeit für dich, als du deine Synchros hochgeladen hast? Wie war das, als deine Videos so viral gingen? Antwort von Kaddi, ich war Studentin, die sich in ihrem Kunstwissenschaftsstudium komischerweise kreativ total unterfordert gefühlt hat. Video zu machen war für mich ein kreatives Outlet und die Synchros habe ich aus Langeweile gemacht. Damit bekannt, berühmt zu werden, war gar nicht geplant. Ich wollte die Videos nur Freunden zeigen, auf dieser kleinen, neuen, kostenlosen Video-Hosting-Webseite namens YouTube, wo Hobby-Filmemacher ihren Kram hochladen, ohne damit Geld zu verdienen oder Werbung zu machen. Nachdem das Ganze dann aber doch mehr als 10.000 Leute gesehen hatten, große Zahl für damalige Verhältnisse, dachte ich, oh, wow, Leute mögen meinen Humor. Es war schön zu wissen, dass ich mit meinem bescheuerten Gedanken nicht alleine war. Zweite Frage von mir, was hat dich inspiriert, einen Podcast zu Harry Potter zu machen? Rund zehn Jahre nach den Synchro-Teilen bzw. den ersten Videos. Antwort von Coldmirror Langeweile, Zeit und Liebe. Das heilige Dreieck, das mich schon mein Leben lang antreibt. Wenn diese Dinge zusammenkommen, führt das meistens dazu, dass ich mich kreativ austobe und wirklich einen immensen Drang verspüre, das, was in meinem Kopf ist, in die Realität umzusetzen. Ich war 2016 kurzzeitig arbeitslos, hatte nichts zu tun und einen Podcast gehört namens Back to the Future Minute, wo der Film Zurück in die Zukunft Minute für Minute analysiert wurde. Da dachte ich, ich möchte sowas auch mal ausprobieren, nur mit Harry Potter. Da mir aber das Minutenformat etwas zu kurz war, habe ich es auf fünf Minuten aufgerundet. Meine dritte Frage, wie war denn der Rechtsstreit mit Werner Brothers? Und das muss ich kurz erklären, denn ich bin die ganze Zeit davon ausgegangen, dass Werner Brothers Coldmirror verklagt hat wegen der Harry Potter Synchros. Das scheint aber gar nicht zu stimmen. Kadi hat folgendes geantwortet, es gab keinen. Ich habe noch nie Kontakt zu Werner Brothers gehabt. Vor vielen, vielen Jahren hatte das zu dem Zeitpunkt ganz neu eingeführte Content-ID-Filter-System von YouTube meine Harry Potter-Synchro-Videos alle auf einen Schlag als Copyright-geschütztes Material erkannt, geflaggt und somit auch den ganzen Kanal gesperrt. Nach kurzer Nachfrage bei YouTube, wo mir tatsächlich ein echter Mensch geantwortet hat, wurde mein Kanal wieder hergestellt, mit dem sehr freundlichen Hinweis, dass ich doch ab jetzt kein Copyright-geschütztes Videomaterial verwenden solle. Die Synchros habe ich daraufhin selbst vom Kanal entfernt. Frage Nummer 4. Wie oft guckst du die Harry Potter-Filme? Antwort von Kadi. Weniger als man denkt. Den ersten Film habe ich durch die Podcasts jetzt bestimmt schon hundertmal gesehen, wobei ich die erste Hälfte öfters geschaut habe als das Ende. Alle paar Jahre plane ich mit einer Freundin, komm jetzt gucken wir alle Teile hintereinander und dann hören wir meistens doch schon nach dem dritten Teil auf und nehmen uns vor, den Rest irgendwann anders zu schauen. Folglich habe ich die ersten drei Teile am meisten gesehen, den Rest eher seltener. Fünfte und letzte Frage. Wenn du die Synchros heute neu aufnehmen würdest, was würdest du anders machen? Antwort. Die Story wäre völlig anders und eher absurd als um jeden Preis provokativ edgy. Ich würde wahrscheinlich auch viel mehr Wert auf guten Sound legen. Vor allem lustige Soundeffekte, um Situationen noch bekloppter zu machen. Und sowieso, wenn ich heute unter gleichen Voraussetzungen wie damals die Synchro aufnehmen müsste, würde ich wahrscheinlich gar nicht erst anfangen. Das fängt schon bei der Technik an. Ich hatte nur ein billiges Hama-Headset, einen schlechten VHS-Rip, eine einzige Tonspur im Videoeditor, in Klammern Windows Movie Maker, und musste die Parts für das damalige YouTube in 10 Minuten Abschnitte teilen. Das würde mich heute völlig verrückt machen. Ja, das war mein Interview mit Kaddi, wenn auch auf postalischem Weg. Vielen, vielen Dank für die Antworten. Und ich kann ganz ehrlich sagen, ohne dich würde es diesen Podcast hier nicht geben. Deshalb widme ich diese Folge hier ganz dir, Kaddi. Und nun steigen wir ein. In der letzten Folge sind wir stehen geblieben, da sind wir ein bisschen durch die Winkelgasse gebummelt, haben den berühmten Gilder-Hurlock hat getroffen und uns ein bisschen geschlägert. Gegen Ende der Folge sind wir voll bepackt mit Einkaufssachen zurück in den Fuchsbau gereist. Wir sind mittlerweile bei Kapitel 5, das trägt den Namen Die Peitschende Weide. In diesem Kapitel reisen wir zurück nach Hogwarts und da freue ich mich schon sehr drauf. Die Kinder reisen ja immer am 1. September zurück nach Hogwarts. Diese Folge hier erscheint auch an einem 1. September. Und weil der Hogwarts Express immer um Punkt 11 Uhr abfährt, habe ich den Veröffentlichungszeitpunkt dieser Folge auch auf 11 Uhr gesetzt. Ist das nicht schön? Na gut, dann steigen wir mal ein in die Geschichte. Die Sommerferien neigen sich dem Ende zu und das, wie Harry findet, viel zu schnell. Zwar freut er sich auf Hogwarts, doch der Monat im Fuchsbau war der schönste seines Lebens gewesen. Es fällt ihm sehr schwer, nicht neidisch auf Ron zu sein. Und er fragt sich, wie ihn wohl die Dursleys willkommen heißen, wenn er das nächste Mal im Ligusterweg auftaucht. Am letzten Abend vor ihrer Reise nach Hogwarts zaubert Mrs. Weasley ihnen ein üppiges Abendessen, das jede Lieblingsspeise von Harry beinhaltet. Als Nachtisch gibt es einen leckeren Sirup-Pudding, bei dem ihnen das Wasser im Mund zusammenläuft. Zum krönten Abschluss gibt es noch eine kleine Vorstellung von Fred und George, die ihr Filibusterfeuerwerk vorführen. Die Küche ist gefüllt mit roten und blauen Sternen, die mindestens eine halbe Stunde lang zwischen der Decke und den Wänden hin und her springen. Im Anschluss gibt es einen letzten Becher heißen Kakao und dann ist es Zeit fürs Bett. Am nächsten Morgen brauchen sie alle recht lange, um in die Puschen zu kommen. Schon beim ersten Hahnenschrei sind sie alle auf den Beinen, doch jeder von ihnen hat noch ziemlich viel zu erledigen. Schlecht gelaunt huscht Molly Weasley durch die Küche und sucht Sockenpaare und Federkiele zusammen. Zur Hälfte angezogen und mit angebissenen Toastscheiben in den Händen laufen sie ständig auf der Treppe ineinander. Dass die Toastscheiben nur angefressen sind, steht auch nur im Deutschen so, im Englischen steht, sie haben Bits of Toasts in der Hand, also Toaststücke. Arthur Weasley bricht sich beinahe den Hals, als er Ginnys Koffer über den Hof zum Auto schleppt und dabei über ein verirrtes Huhn stolpert. Tja, wissen wir ja, was es zum Abendessen gibt, nämlich Hähnchenschenkel. Harry kann sich beim besten Willen nicht vorstellen, wie acht Leute, sechs fette Koffer, zwei Eulen und eine Ratte in einen kleinen Fort Anglia passen sollen. Ja, hast recht, Harry, also die Ratte ist wirklich too much, die kann man jetzt nicht auch noch mitnehmen. Es ist das erste Mal in der Geschichte, dass das Modell des Autos erwähnt wird. Bei dem Wagen der Weasleys handelt es sich, wie gerade schon erwähnt, um einen Fort Anglia. Und ich hatte ja schon in Folge 3.1 angeteasert, dass wir diesen Wagen in Folge 5 wortwörtlich auseinandernehmen werden. Und genau das machen wir jetzt auch. Der Fort Anglia ist eine Kleinwagenserie, die in vier Generationen zwischen 1940 und 1967 hergestellt wurde. Im Film Harry Potter und die Kammer des Schreckens wurde ein Fort Anglia 105E hergenommen. Das ist ein Modell aus der vierten Generation, der ab 1959 verkauft wurde. Der Fort Anglia war sehr beliebt, da er ein verhältnismäßig günstiges Auto war. Laut der Webseite angliamodels.co.uk soll ein Fort Anglia, damals neu, zwischen 500 und 600 Pfund gekostet haben. Das klingt jetzt erst einmal sehr wenig. Ich habe aber mal wieder den Inflationsrechner der Bank of England angeschmissen. Das ist, wir erinnern uns, die Zentralbank des Vereinigten Königreichs. Und laut diesem Inflationsrechner würde man heute, grob geschätzt, um die 10.000 Pfund für den Wagen bezahlen. Umgerechnet wären das etwa 11.700 Euro oder 2.000 Galleonen oder 1.671 Döner zu je 7 Euro. Ja, so viel kostet ein Döner mittlerweile. Wahrscheinlich werden wir in 30 Jahren darüber lachen und sagen, 7 Euro für einen Döner? Gott, war das billig. Ja, heute, da zahlt man 20 Euro. Den teuersten Döner der Welt kann man übrigens, passend zu Harry Potter, in London kaufen. Für satte 925 Pfund, was umgerechnet mehr als 1.000 Euro sind. Da sind dann keine normalen Billow-Zutaten drauf, sondern edles japanisches Wagyu-Rindfleisch, das irgend so ein besonderes, teures Fleisch ist. Da sind dann auch noch frische Meucheln drauf und natürlich sehr edler, 25 Jahre alter italienischer Essig. Warte mal in meinem Schrank, da steht bestimmt auch noch so eine alte, angebrochene, schimmlige Flasche Essig rum. Die gammelt da auch schon seit 25 Jahren vor sich hin. Die verkaufe ich jetzt teuer auf Ebay. Wieso rede ich jetzt eigentlich übers Essen? Wir waren beim Fort Anglia. Der Fort Anglia 105E wurde fast weltweit verkauft. Deutschland war eine Ausnahme, hier konnte man den Wagen nämlich nicht kaufen. Wir wissen bereits, dass J.K. Rowling den Wagen nicht einfach so aus Jux und Laune ausgesucht hat, denn sie hat damit das Auto ihres Schulfreundes Sean P.F. Harris gewürdigt. Diesem Freund hat Rowling ja auch das zweite Buch gewidmet. Da nennt sie ihn liebevoll ihren Fluchtwagenfahrer. Der Fort Anglia 105E ist ein Vierzylinder-Kolbenmotor, ein Benziner mit einem Viergänge-Schaltgetriebe mit Frontmotor und Heckantrieb. In den Tank passen etwa 31,8 Liter und das Auto hat ein Leergewicht von 737 Kilo. Der Wagen ist 3,90 Meter lang, 1,43 Meter breit und 1,44 Meter hoch. Der Abstand zwischen den beiden Achsen des Fahrzeugs beträgt 2,3 Meter, der Hubraum beträgt einen Liter und der Ford hat Platz für vier Personen. Ich hab euch gewarnt, dass wir dieses Auto wortwörtlich auseinandernehmen werden. Für den Film Harry Potter und die Kammer des Schreckens hat man sich dazu entschieden, einen echten Fort Anglia 105E zu verwenden. Bei dem hat man dann den Motor ausgebaut, damit der Wagen leichter wird und ihn auf einen drehbaren Kran montiert, damit man das Auto bewegen kann. Allerdings wurde für den Film nicht nur ein Fort Anglia verwendet, insgesamt hat man 16 Stück verwendet. Einige von denen wurden aufgeschnitten, damit man die Innenaufnahmen drehen kann und angeblich wurden von diesen 16 Autos 14 im Laufe der Dreharbeiten zerstört. Der Film erschien im Jahr 2002. Drei Jahre später, im Jahr 2005, machte eines der Autos Schlagzeilen, nämlich das unbeschädigte Hauptmodell, das für die Außenaufnahmen verwendet wurde. Der Wagen wurde nämlich aus den Southwest Film Studios in St. Agnes in Cornwall geklaut. Der Diebstahl fand in der Nacht von Mittwoch, den 26. Oktober, auf Donnerstag, den 27. Oktober 2005 statt. Das Ganze war knapp drei Wochen vor Erscheinen des vierten Harry-Potter-Films. Die Polizei ging damals davon aus, dass der Wagen von einem Harry-Potter-Fan geklaut worden sei oder von einem Autofanatiker. Jetzt ist es aber so, dass man bei dem Auto, das habe ich ja vorhin erwähnt, den Motor ausgebaut hat, damit er leichter ist. Und deswegen konnte der Dieb oder die Diebe nicht so einfach damit wegfahren. Und außerdem befand sich der Wagen in einer streng gesicherten Lagerhalle. Bis heute konnte nicht geklärt werden, wie der Wagen eigentlich verschwunden ist. Etwa ein halbes Jahr lang hörte man nichts von dem gestohlenen Auto. Dann ist der Wagen ganz plötzlich wieder aufgetaucht. Die britische Boulevardzeitung The Sun berichtete im Mai 2006, dass eine fünfköpfige Bande versucht hat, den Wagen zu verkaufen. Als sich Interessenten das Auto ansehen wollten, fehlte aber das ikonische Nummernschild, weswegen der Deal nicht zustande kam. Nach diesem geplatzten Deal haben die Autodiebe dann scheinbar kalte Füße bekommen und den Wagen in einem heruntergekommenen Schloss aus dem 14. Jahrhundert versteckt. Bei meiner Recherche habe ich herausgefunden, dass es sich bei dem Schloss um das Cairnbrier-Schloss handelt, das etwa eine halbe Stunde mit dem Auto von St. Agnes entfernt liegt. Ein anonymer Anrufer hat der Polizei dann das Versteck verraten. Ein Polizeisprecher sagte damals, dass der Wagen aber in einem guten Zustand zu sein scheint. Also dieser ganze Diebstahl ist ziemlich mysteriös. Kein Wunder also, dass er damals für sehr viel Aufsehen gesorgt hat. Es gibt noch sehr viel mehr über das Auto zu wissen, aber erst einmal machen wir weiter in der Geschichte. Harry wundert sich gerade, wie sie zu acht, plus Gepäck, plus Haustier, plus Gitter von den Dursleys, in den Wagen passen sollen. Jaja, ich habe das Gitter nicht vergessen. Doch Mr. Weasley hat an dem Wagen einige Sonderausstattungen angebracht. Er flüstert Harry zu, dass er bloß Molly nichts davon erzählen soll und zeigt ihm den magisch vergrößerten Kofferraum, in den problemlos alle Koffer hineinpassen. Harry, Ron, Fred, George, Percy und das Gitter aus Folge 3.1 nehmen ohne Probleme Platz auf der Rücksitzbank. Molly späht durch die Scheibe ins Wageninnere und merkt an, dass die Muggel doch mehr können, als sie ihnen zutrauen. Von außen würde man nicht auf die Idee kommen, dass im Innenraum so viel Platz ist. Oder? Ginny und Molly nehmen auf dem Beifahrersitz Platz, was in unserer Muggelwelt eine sehr kuschelige Angelegenheit wäre, in der Zauberwelt problemlos möglich, denn der Vordersitz hat sich auf die Größe einer Parkbank ausgedehnt. Mr. Weasley startet den Motor und fährt gemächlich über den Hof. Harry wirft einen letzten Blick zurück auf das Haus. Er stellt sich gerade die Frage, wann er es wohl das nächste Mal sehen wird. Da halten sie auch schon wieder an. Denn George hat seine Kiste mit dem Filibusterfeuerwerk vergessen. Das Filibusterfeuerwerk haben wir bereits in der letzten Folge kennengelernt. Komplett ausgesprochen heißt es Dr. Filibusters fabelhaftes, nasszündendes, hitzefreies Feuerwerk. Ein bizarr langer Name, der nun selbst der guten Rowling zu dämlich war, weshalb sie ihn abgekürzt hat. Fünf Minuten später hält der Wagen erneut mit quietschenden Reifen im Hof der Weasleys und Fred rennt hinein, um seinen Besen zu holen. Kurz vor der Autobahn verkündet Ginny schreiend, dass sie ihren Taschenkalender vergessen hat. Auf Englisch ist die Rede von einem Diary, einem Tagebuch. Und bei diesem Tagebuch könnte es sich um das Tagebuch von Tom Riddle handeln. Das ist nur eine Theorie von mir, aber Rowling betont es hier extra. Und wir wissen ja, dass die Rowling gerne mal subtile Hinweise verstreut. Und ich finde ja die Vorstellung so witzig. Stellt euch vor, Ginny hätte einfach Woldys Tagebuch daheim auf dem Schreibtisch vergessen. Und Horcrux Tom dann nur so, ja, das ist jetzt ein bisschen doof. Ey, Woldys ist ganzer Plan. Hier, ich mach mir Horcruxe und ich lass Ginny das zukommen, weil die Weasleys sind ja so eng mit Harry befreundet. Und dann setz ich meinen fiesen Plan in die Tat um. All das wäre einfach schief gegangen, hätte Ginny sich gedacht, oh, jetzt hab ich mein Tagebuch vergessen. Naja, macht nichts, ich brauch den ja eh nicht. Ey, wenn Ginny ihr fucking Tagebuch vergessen hätte, dann hätte Harry einfach ein ziemlich chilliges Schuljahr gehabt. Aber die Weasleys fahren nochmal zurück, um die Haupthandlung, ey, ich meine hier, den Taschenkalendertagebuch, Dingenszeug da abzuholen. Als Ginny wieder im Auto hockt, sind sie schon sehr spät dran. Ihre Gemüter sind gereizt. Arthur schaut zuerst auf die Uhr, dann hinüber zu seiner Frau. Äh, was denn für ne Uhr? Ist da im Armaturenbrett ne Uhr oder hat Arthur ne Armbanduhr? Ja, vielleicht hat Molly auch wie üblich die 80 Kilo schwere Standuhr mit dabei, wer weiß. Arthur wirft Molly einen Blick zu und sagt, Molly, Liebling? Doch Molly scheint genau zu wissen, was ihr Mann vorhat. Im barschen Tonfall sagt sie, Nein, Arthur! Doch Arthur gibt nicht auf und fährt fort, Niemand würde uns sehen. Dieser kleine Knopf hier ist ein Unsichtbarkeitsserverantrieb, den ich eingebaut habe. Der hier würde uns in die Luft heben und dann fliegen wir. Nicht einmal 10 Minuten sind wir da und niemand hätte den geringsten Schimmer. Nun gut, Zeit, die Aussage von Arthur mit Logik zu dementieren. Wir hatten bereits in Folge 3.1 über die Distanz zwischen London und dem Fuchsbau gesprochen. Dass das jetzt innerhalb von 10 Minuten nicht so hinhaut, das sollte allen klar sein. Molly ist gegen Arthurs Pläne. Sie faucht, Nein, Arthur, nicht am helligsten Tag! Ach so, wenn's nicht helligster Tag wäre, dann wär's okay oder wie? Um Viertel vor 11 kommen sie schließlich am Bahnhof Kings Cross an. Mrs. Weasley rennt über die Straße, wird vermutlich halb von so einem Taxi angefahren und holt hastig einige Gepäckkarren. Im Laufschritt stürmen sie in die Schalterhalle. Rowling erklärt uns dummen Leser nun noch einmal, wie genau man zum Gleis 9.15 kommt. Das überspringe ich jetzt aus zeitlichen Gründen. Nervös blickt Molly auf die Uhr über ihren Köpfen. Laut dieser haben sie nur noch 5 Minuten Zeit, um zum Gleis zu kommen. Molly scheucht Percy als erstes durch die Absperrung, danach folgen Arthur, Fred und George. Molly erklärt, dass sie mit Ginny gehen wird und Ron und Harry ihnen dann folgen sollen. Ja, weil einfach die Kinder als erstes durchzuschicken, das wäre zu einfach. Klar, Molly lässt zwei 12-jährige Kinder, die by the way zaubern können, einfach so an einem belebten Muggelbahnhof stehen. Ich mein, wer wird das nicht so machen? Aber gut, wir wissen ja, dass Molly das nur macht, um mit Ginny vorzugehen und nicht, weil es für den Plot relevant ist. Nein! Ron schlägt vor, mit Harry zusammenzugehen. Sie haben nur noch eine Minute Zeit. Wie jetzt Ron, du willst mit Harry gehen, also ich bin eigentlich eher Team Jerry, aber okay, let's give it a time. Achso, du meinst durch die Absperrung, ah ja dann. Harry überprüft nochmal, ob Hedwig's Käfig auch sicher auf dem Koffer festgezurrt ist und dreht dann seinen Gepäckwagen zur Absperrung hin. Es folgt ein Satz, den ich sehr random finde, denn Rowling beschreibt nun, dass Harry sich sicher ist, dass das nicht so beschwerlich ist, wie die Sache mit dem Flohpulver. Ich finde, das wirkt leicht deplatziert an dieser Stelle. Die Jungs beugen sich über die Handgriffe der Karren und steuern zielstrebig auf die Absperrung zu. Langsam werden sie immer schneller. Das ist ja auch ein geiler Satz. Langsam werden sie schneller. Ein paar Meter sind sie noch von der Absperrung entfernt. Sie beginnen zu rennen und... Schepper. Beide Karren knallen mit voller Wucht gegen die Absperrung. Der Aufprall schleudert sie zurück. Mit einem lauten Krachen fällt Rons Koffer herunter. Harry kann sich nicht mehr halten. Hedwigs Käfig stürzt auf den glänzenden Boden. Klaus Fritz hat das übersetzt mit dem blankgewienerten Boden. So, anyways. Hedwig kracht samt Käfig zu Boden und rollt empört kreischend davon. Bitch. Diese ganze Szene bleibt natürlich nicht unbemerkt. Ich meine, wenn zwei komische Kinder mit Wagen und Eule gegen eine Absperrung krachen, dann zieht das, selbst in einer Großstadt wie London, die Blicke der vorbeilaufenden Passanten auf sich. Ein Wachmann in ihrer Nähe ist ebenfalls auf die Jungs aufmerksam geworden und ruft, Was zum Teufel denkt ihr euch eigentlich dabei? Harry erklärt keuchend, dass sie die Kontrolle über ihre Karren verloren haben. Die Hände an die Rippen gepresst, richtet er sich auf. Ron stürzt los, um Hedwig zu holen, denn unsere Bitchie Eule veranstaltet mal wieder so einen Radau, dass einige umstehende Passanten schon von Tierquälerei munkeln. Etwas verwunderlich, dass sich keiner fragt, warum zwei Kinder überhaupt eine Eule dabei haben, aber gut. Harry zischt fragend, warum sie denn nicht durchkommen. Sich hastig umblickend erklärt Ron, keine Ahnung. Noch immer werden die Jungs von den Dutzenden Schaulustigen mit ihren Blicken verfolgt. Ron flüstert, dass sie noch ihren Zug verpassen. Ich weiß nicht, warum sich das Tor verschlossen hat. Mit einem mulmigen Gefühl in der Magengrube blickt Harry hoch zur riesigen Uhr. Zehn Sekunden, neun Sekunden. Tja, in Deutschland wäre das nicht passiert. Da hätte der Hogwarts-Express nämlich erstmal 30 Minuten Verspätung und müsste aufgrund verkehrter Wagenreihung statt von Gleis 9,75 von Gleis 27 fahren. Harry schiebt seinen Wagen vorsichtig weiter, bis er direkt vor der Absperrung steht. Mit aller Kraft drückt er dagegen, doch das Eisen gibt nicht nach. Noch drei Sekunden. Zwei Sekunden. Eine Sekunde. Mit verblüffter Stimme sagt Ron, dass er weg ist. Der Zug ist fort. Ron fragt seinen besten Freund, was passiert, wenn seine Eltern nicht mehr zu ihnen zurückkommen können. Hast du Muggelgeld dabei? Auf diese Frage hin muss Harry erst einmal hölzern lachen. Er erklärt, dass die Dursleys ihm seit gut sechs Jahren kein Taschengeld mehr gegeben haben. Diese Aussage impliziert aber, dass es irgendwann mal einen Zeitpunkt gegeben hat, an dem die Dursleys beschlossen haben, Harry tatsächlich mal Geld in die Hand zu drücken. Aber das ist Ron scheinbar egal. Er wendet sein Hörorgan von Harry ab und presst es gegen die kalte Barriere. Angespannt erklärt Ron, dass er nichts hören kann. Was sollen wir bloß machen? Keine Ahnung, wie lange Mom und Dad brauchen, um da rauszukommen. Ja, ich stelle mir ja eher die Frage, warum es keinen Kamin gibt, um per Flohpulver zum Gleis 9,75 zu reisen. Ich meine, die Muggelfamilien, die können ja gerne durch die Absperrung gehen, aber für Zaubererfamilien wäre es doch einfacher, per Flohpulver zum Hogwarts Express zu reisen oder per Apparieren. Ich meine, Schüler aus Schottland müssen nach London reisen, um von dort aus wieder nach Schottland zu reisen. Ich habe dazu auf Reddit eine coole Theorie gefunden, nämlich, dass die Zaubererfamilien ohnehin nach London müssen, um die Schulsachen fürs neue Jahr zu kaufen und sie sich dann vielleicht noch ein paar Tage in den tropfenden Kessel einmieten, ehe es dann wieder nach Hogwarts geht. Ja, ist halt irgendwie trotzdem ein bisschen umständlich, das jedes Jahr zu machen. Harry und Ron werden noch immer von den umstehenden Leuten beobachtet. Kein Wunder, denn Hedwig, das voll arroganteste Federviech der Welt, kreischt noch immer unablässig herum. Harry schlägt vor, dass sie lieber draußen beim Auto warten sollten, denn sie sind einfach zu auffäll... Doch Harry kommt gar nicht dazu, seinen Satz zu Ende zu sprechen, denn Ron ruft mit leuchtenden Augen, Harry! Das Auto! Harry ist ein bisschen verplant und weiß nicht, worauf sein bester Freund hinaus möchte. Er fragt, was ist damit? Und Ron schlägt vor, dass sie mit dem Auto nach Hogwarts fliegen könnten. Harry will widersprechen, doch Ron unterbricht ihn erneut. Er erklärt, dass dies hier ein Notfall ist, denn immerhin müssen sie zur Schule. Und selbst minderjährige Zauberer dürfen in echten Notfällen zaubern. Das steht in Abschnitt 19 oder so zum Erlass zur Beschränkung des... was weiß ich denn? Ich bin ehrlich, mich hat dieses Argument nicht wirklich überzeugt. Harry aber schon. Seine anfängliche Panik verwandelt sich jäh in stumpfsinnige Begeisterung. Jedes andere Kind wäre so... Oh nein, ich komme nicht zum Gleis. Hm, dann warte ich besser am Auto auf meine Eltern. Ron be like, was? Eltern? Haha, drauf geschissen! Hier, Harry, steig ein! Ich flieg die Scheiße! Harry fragt, ob Ron das Auto denn überhaupt steuern kann. Ron dreht seinen Gepäckwagen in Richtung Ausgang und sagt, kein Problem. Wenn wir uns beeilen, können wir dem Hogwarts Express folgen. Ja, weil der auch oberirdisch mitten durch London fährt, wie wir alle wissen. Aber den Logikfehler hatten wir ja schon im letzten Buch. Verfolgt von den Blicken der neugierigen Menschen verlassen sie den Bahnhof und gehen in die Seitenstraße, wo der alte Fort Anglia steht. Mit einigen sanften Stubsern seines Zauberstabs öffnet Ron den Kofferraum, weil, wie wir ja alle wissen, bekommt es das Ministerium nicht mit, wenn Minderjährige irgendwo zaubern. Ron sagt seinem besten Freund, er solle aufpassen, dass sie keiner sieht. Mit einem weiteren leichten Stubser startet Ron den Motor des Wagens. Harry steckt seinen Kopf aus dem Fenster. Von der Hauptstraße her dröhnt der Lärm zu ihnen hindurch. Doch ihre Straße ist leer. Und ich habe mir mal auf Google Maps angeschaut, welche Straßen denn da beim Bahnhof Kings Cross liegen. Die Hauptstraße, die Rowling da beschreibt, ist vermutlich die Houston Road, die Teil der Ring Road ist. Das haben Großstädte ja öfters mal, dass es einen Ring um das Herz der Stadt gibt. Zum Beispiel auch hier in München. Da gibt es zum Beispiel den mittleren Ring. Gibt auch andere, aber auf dem mittleren Ring bin ich am häufigsten gefahren. In London gibt es so etwas auch, eben in Form der Ring Road. Wer unter der Woche zwischen 7 und 18 Uhr auf dieser Ring Road fahren möchte, muss circa 15 Pfund Congestion Charge bezahlen. Also eine Art Mautgebühr. Und falls ihr euch jetzt fragt, hä, und wie konnten sich die Weasleys das leisten? Gar nicht. Die Maut wurde erst 2003 eingeführt. Aber ich schwalfe schon wieder vom Thema ab. Der Kings Cross Bahnhof hat zwei Seitenstraßen. Einmal die Pancras Road, die sich auf der Westseite des Bahnhofes befindet. Gegenüber, auf der Ostseite, befindet sich der York Way. Anhand der Satellitenbilder, die ich mir angeschaut habe, glaube ich, dass die Weasleys da irgendwo geparkt haben. Der York Way hat einige unscheinbare Seitenstraßen, zum Beispiel die Caledonian Street oder die Railway Street, die um 11 Uhr in der Früh vielleicht nicht allzu überlaufen sind. Harry ruft, alles klar! Und Ron drückt einen kleinen silbernen Knopf am Amaturenbrett. Der Wagen um sie herum verschwindet und mit ihm auch die Jungs. Denn Ron hat den Unsichtbarkeits-Servoantrieb aktiviert, der auf Englisch übrigens Invisibility-Booster heißt. Aber mal ganz ehrlich, Servoantrieb klingt irgendwie geiler. Harry spürt den Sitz unter sich vibrieren. Er hört den Motor, spürt seine Hände auf den Knien und die Brille auf der Nase. Wie würde Voldemort eigentlich eine Brille tragen? Geht das überhaupt? Doch Harry ist unsichtbar. Rowling beschreibt Harry im inneren Monolog als nicht mehr als ein Augenpaar, das in einer schäbigen Straße voll geparkter Autos einen Meter über dem Boden schwebt. Ja, ist okay. Zu Harrys Rechten ertönt Ron Stimmel, die sagt, los geht's! Alles klar, denselben Song und los! Entschuldigung, nicht witzig, ich weiß. In Großbritannien gilt ja Linksverkehr. Das heißt, die Autos fahren nicht wie bei uns in Deutschland auf der rechten, sondern auf der linken Straßenseite. Deshalb befinden sich bei britischen Autos auch die Lenkräder links und nicht wie fast überall sonst auf der Welt rechts. Ja, ja, die Briten mal wieder. Während der Wagen in die Lüfte steigt, werden die schmutzigen Gebäude um sie herum immer kleiner. Ein paar Sekunden später sehen sie ganz London unter sich, rauchig und glitzernd. Ein lautes Knallen ertönt und kurz darauf werden der Wagen und seine Insassen wieder sichtbar. Ron hämmert auf den Unsichtbarkeits-Servo-Antriebsknopf. Ja, das ist ja auch ein schönes Wort. Wusstet ihr übrigens, dass der Bahnhof Kings Cross laut Google kein Bahnhof, sondern eine Zugfahrkartenverkaufsstelle ist? Gibt's da dann eigentlich auch Zugfahrkartenverkaufsstellenverkäufer? Angenommen, ich weiß nicht, wo sich diese Zugfahrkartenverkaufsstelle befindet. Gibt es dann so einen Lageplan, wo ich den finden kann? Und ist das dann ein Zugfahrkartenverkaufsstellenwegweiser? Und gibt es eine Fabrik, die diese Zugfahrkartenverkaufsstellenwegweiser herstellt? Und ist das dann die Zugfahrkartenverkaufsstellenwegweiser Produktionsfabrik? Und ist ein Mitarbeiter dieser Zugfahrkartenverkaufsstellenwegweiser Produktionsfabrik dann ein Zugfahrkartenverkaufsstellenwegweiser Produktionsfabrik Angestellter? Gibt's da auch Schichtarbeit? Wenn ja, dann würde ich gerne mal eine Zugfahrkartenverkaufsstellenwegweiser Produktionsfabrik Angestellten Schichtübergabe mitverfolgen. Und wenn ich mir während der Zugfahrkartenverkaufsstellenwegweiser Produktionsfabrik Angestellten Schichtübergabe bei dem Zugfahrkartenverkaufsstellenverkäufer an der Zugfahrkartenverkaufsstelle eine Zugfahrkarte kaufe, wäre das dann ein Zugfahrkartenverkaufsstellenwegweiser Produktionsfabrik Angestellten Schichtübergabe Zugfahrkartenverkaufsstellenverkauf? Ich verstehe nur Bahnhof. Weißt du, ich beschwere mich immer, dass die Kapitel zu lang sind und dann baue ich aber so eine Scheiße ein. Naja, zurück zum Unsichtbarkeits-Servo-Antriebsknopf. Die beiden Jungs versuchen den Knopf irgendwie zu fixen, aber leider bringt das nichts. Für einen kurzen Augenblick verschwindet der Wagen, kommt aber gleich darauf flackernd wieder zum Vorschein. Ron brüllt, dass Harry sich festhalten soll und drückt das Gaspedal durch. Der Wagen schießt in die Wolken hinein, um sie herum ist nun alles grau und nebelig. Klaus Fritz hat geschrieben, trüb und feucht. Ja, da hat er wahrscheinlich gerade an den Sex mit seiner Frau gedacht. Harry blickt verdutzt durch die dichte Wolkenmasse und fragt, was sie nun tun sollen. Ron erklärt, dass sie den Zug finden müssen, damit sie wissen, in welche Richtung sie fliegen sollen. Ron steuert den Wagen wieder nach unten und Harry ruft, Da ist er! Der Hogwarts Express! Ich kann ihn sehen! Direkt vor uns! Na, so ein Zufall aber auch. Wie gut, dass sie sich nicht verflogen haben. Das wäre jetzt Kacke. Dann hätten sie den Zugfahrkarten-Verkaufsstellenverkäufer nach dem Weg fragen müssen. Der Hogwarts Express gleitet durch die Landschaft wie eine scharlachrote Schlange. Ron blickt auf den Kompass im Armaturenbrett und stellt fest, dass sie Richtung Norden fliegen. Fun Fact! Der Bahnhof Kings Cross ist ein Endbahnhof. Hier enden alle Züge, die aus dem Nordosten von England und dem Osten von Schottland kommen. Das heißt, die ganzen Züge können den Bahnhof nur in eine Richtung verlassen. Nämlich nach Norden. Kontinuität, möchte ich mal loben. Wir lassen die U-Bahn jetzt da mal außen vor. Die fährt nämlich auch dort am Bahnhof. Allerdings unterirdisch. Da ist nämlich die U-Bahn-Station Kings Cross St. Pancras. Hier kreuzen sechs Linien der Londoner U-Bahn, der Tube, ihre Wege. Was ich jetzt mit dem Ganzen sagen wollte. Die Jungs fliegen in Richtung Norden und das macht Sinn, denn eine andere Richtung hätte dazu gar nicht fahren können. Ron hat einen Plan. Er möchte mit dem nicht mehr unsichtbaren Auto über den Wolken fliegen und alle halbe Stunde nachschauen, ob sie noch richtig fliegen. Ein Plan, der eigentlich viel zu komplex für ein Kind ist. Sie fliegen nun wieder über den Wolken und werden von der Sonne geblendet. Rowling wird nun ein bisschen kitschig und erklärt, wie schön die Welt über den Wolken ist. Ron reißt nun einen echten Brüllerwitz. Er sagt, dass sie jetzt nur noch auf Flugzeuge aufpassen müssen. Ha ha ha. Ja, ein richtiger Schenkelklopfer. Dieser Witz sorgt auch dafür, dass die beiden einen richtigen Lachanfall bekommen und sich erst nach einiger Zeit wieder beruhigt haben. Ja, kein Scheiß, das steht hier wirklich. Die Jungs sind völlig unbeschwert. Harry freut sich über die Packung Sahnebonbons, die sich im Handschuhfach befinden. Und auf die neidischen Gesichter, die Fred und George machen würden, wenn Harry und Ron vor den Augen aller sanft auf dem üppigen Rasen vor Hogwarts landen würden. Dafür, dass Harry diesen Ruhm eigentlich gar nicht so mag, ist er ja ganz schön geltungsbedürftig. Vor allem denkt sich ja keiner von den beiden, fuck, wir haben gerade ein Auto geklaut und fliegen jetzt ohne irgendeine Tarnung durch die Welt. Nee, Harry denkt lieber an die Reaktion der anderen. Das ist so typisch Gryffindor. Ab und zu schauen sie nach, ob sie noch auf dem richtigen Weg sind. Und jedes Mal, wenn sie unter die Wolkendecke tauchen, bietet sich ihnen ein anderer Anblick. Grüne Felder, Moore und eine große Stadt, die aber nicht genauer genannt wird. Es könnte sich um die Großstadt Sheffield handeln oder um Leeds. Das sind so die größten Städte, die auf der Strecke zwischen London und Schottland liegen. Einige Stunden vergehen und Harry stellt allmählich fest, dass das Ganze doch nicht so cool ist. Von den Sahnebonbons haben sie ziemlichen Durst bekommen und die Hitze macht ihnen auch zu schaffen. Es ist so warm, dass die beiden ihre Pullis ausziehen müssen. Harry sehnt sich nach dem Hogwarts-Express, nach der runden Hexe mit dem Servierwagen, bei dem man eisgekühlten Kürbissaft kaufen kann. So langsam stellt sich Harry die Frage, warum sie nicht zum Gleis gekommen sind. Ich stelle mir ja die Frage, warum Harry erst jetzt darüber nachdenkt. Sie sitzen seit Stunden nebeneinander im Auto und haben nichts anderes zu tun, als aus dem Fenster zu schauen und Sahnebonbons zu fressen. Wieder ein paar Stunden später färbt sich der Himmel tiefrosa. Die Sonne versinkt unter dem Wolkenteppich und Ron krächzt, dass es nun nicht mehr weit sein kann. Das Auto geht erneut auf Tauchgang und sie stellen fest, dass sich der Zug noch immer genau unter ihnen befindet. Der Hogwarts-Express schlängelt vorbei an einem schneebedeckten Berg. Schnee im August ist für die schottischen Highlands zwar äußerst ungewöhnlich, aber nicht gänzlich unmöglich. Unter der dichten Wolkendecke ist es schon recht dunkel. Nach britischer Sommerzeit geht die Sonne am 1. September in den schottischen Highlands jedes Jahr etwa so gegen 20.15 Uhr unter. Sie sind also schon sehr lange unterwegs. Der Hogwarts-Express ist ja eine alte Dampflok. Im Film haben sie eine Dampflok der Great Western Railway eingesetzt. Ein Modell namens Oltenhall, das die Nummer 5972 trägt. Dieser echte Zug wurde 1937 in Betrieb genommen und 1963 aussortiert. Der Zug war ursprünglich mal grün und wurde extra für den Film rot einlackiert. Das hat vielen Eisenbahn-Enthusiasten natürlich nicht so gefallen, dass da extra für so einen scheiß Kinderfilm eine schöne alte Lok verschandelt wird. Während der Dreharbeiten von Harry Potter und der Gefangene von Azkaban im Jahr 2003 wurde der Hogwarts-Express dann aber wirklich verschandelt. Denn er wurde von Vandalen mit Graffiti beschmiert. Der Sachschaden betrug sich auf mehrere tausend Pfund. Das Ganze ist aber noch nichts zu dem, was nach den Dreharbeiten zu Harry Potter und der Orden des Phönix geschah. Denn am 11. März 2007, also ein paar Monate vor Veröffentlichung des fünften Filmes, ist eine Gruppe von Jugendlichen auf das Gelände des Eisenbahndepots in Carnforth im Nordwesten von England eingebrochen und hat mit Hämmern bewaffnet auf die alten Waggons eingeschlagen und diese demoliert. Laut der West Coast Railway Company, also der Firma, der dazu gehört, ist damals ein Sachschaden von etwa 75.000 Pfund entstanden. Der jüngste der Einbrecher soll damals übrigens erst 10 Jahre alt gewesen sein. Das heißt, der dürfte heute so um die 25, 26 Jahre alt sein. Also kaum älter als ich. Das muss man sich echt mal vorstellen. Auf was für bescheuerte Ideen kommen die Menschen? Naja, jedenfalls wurde der Hogwarts Express dann wieder repariert. Heute kann man ihn sich bei der Warner Brothers Studio Tour in London anschauen. Und wer mal mit einem ähnlichen Zug wie dem Hogwarts Express fahren möchte, der kann auch das tun. Es gibt nämlich den Zug The Jacobite von der West Coast Railway Company, der zweimal täglich durch die schottische Landschaft fährt. Und man kann dabei einige berühmte Locations aus den Harry Potter Filmen sehen. Dieses Jahr, also 2023 im Juli, sind ein paar Wochen lang die Fahrten ausgefallen. Es gab einige Sicherheitsbedenken. Mittlerweile fährt er aber wieder. Und ich kann mir vorstellen, dass dieser Zug besonders am 1. September voll ausgebucht ist. So, jetzt aber zurück zum Thema. Der Hogwarts Express ist eine alte Dampflok, die im Schnitt so um die 50 mph fährt. Das sind umgerechnet etwa 80 Kilometer. Hogwarts liegt grob geschätzt so um die 500 Meilen von London entfernt. Also brauchen die Kinder etwa 10 Stunden. Die Sonne geht unter und ich hatte vorhin schon erwähnt, dass der Sonnenuntergang etwa um Viertel nach 8 ist. Also sind die Kinder bereits seit 9 Stunden und 15 Minuten unterwegs. Ich hoffe, sie kommen genau um Viertel vor 9 an. Dann waren sie nämlich exakt 9 Dreiviertelstunden unterwegs. Ron drückt aufs Gaspedal und steuert den Wagen wieder nach oben. Doch dieses Mal beginnt der Motor zu heulen. Harry und Ron werfen einander nervöse Blicke zu. Ron sagt, wahrscheinlich ist er bloß müde, so weit ist er noch nie geflogen. Der Himmel wird immer dunkler und das Wimmern des Autos immer lauter. Die Jungs tun so, als würden sie das gar nicht mitbekommen. Im Dunkeln der Nacht kommen die Sterne zum Vorschein. Die Scheibenwischer fangen wie aus Protest an, schwach zu arbeiten, doch Harry versucht es zu ignorieren, während er sich seinen Pulli wieder anzieht. Ist ja doch ein bisschen kühl. Hoffnungsvoll optimistisch sagt Ron, dass es nicht mehr weit ist. Allerdings sagt er das mehr zum Wagen als zu Harry. Mit zittriger Hand tätschelt er das Armaturenbrett und sagt, dass sie es nicht mehr weit haben. Eine Welle später gehen sie wieder auf Wolkentauchgang und versuchen, in der Dunkelheit irgendeinen Anhaltspunkt in der Landschaft zu erkennen. Harry hat natürlich geschulte Sucheraugen und kann deshalb schnell etwas erkennen. Er ruft, dort, direkt vor uns. Das macht er scheinbar so abrupt, dass Hedwig und Ron zusammenschrecken. Und tatsächlich, direkt vor ihnen, auf einer Klippe über dem See, ragen die Türme von Hogwarts empor. Der Wagen beginnt zu stottern und wird immer langsamer. Ron rüttelt am Steuer und ruft flehend, Na komm schon, wir sind doch fast da! Der Motor stöhnt auf. Feine Dampfstrahlen pfeifen unter der Motorhaube empor. Immer weiter fliegen sie auf den See zu und Harry hält die Seiten seines Sitzes fest im Klammert. Der Wagen spinnt immer mehr, Rons Handknöchel am Lenkrad sind weiß geworden. Hogwarts liegt nun direkt vor ihnen. Mit seinem Fuß tritt Ron das Gaspedal voll durch. Ein lautes, metallisches Scheppern ertönt und mit einem Stottern stirbt der Motor ab. Yeah, wird es still. Ron sagt, Oh, oh. Was Klaus Fritz übersetzt hat mit Uh, ah! Ja, das verstehe ich auch nicht. Die Spitze des Wagens neigt sich in die Tiefe, immer schneller sinkt das Auto und steuert geradewegs auf die Schlossmauer zu. Ron brüllt, Nein! und reißt das Lenkrad rum. Nur knapp verfehlen sie die dunkle Steinmauer. Der Wagen schwirrt über die Gewächshäuser hinweg, über den Gemüsegarten, vorbei an dunklen Parkanlagen. Dabei verlieren sie immer mehr an Höhe. Ron lässt das Steuer nun komplett los und zieht aus der hinteren Tasche den Zauberstab. Und auch wenn ich die mühsam aufgebaute Spannung nur sehr ungerne zerstöre, aber wieso zieht Ron den Zauberstab aus der hinteren Hosentasche? Saß der da jetzt 10 Stunden auf seinem Zauberstab drauf? Naja, jedenfalls zieht er ihn hervor und schlägt wie wild auf das Amatorenbrett und die Windschutzscheibe ein. Er brüllt, Halt, Stopp! Und ja, ich musste an dieses Meme denken. Der Wagen sinkt noch tiefer, der Erdboden kommt bedrohlich schnell näher. Harry schreit laut, Passt auf den Baum auf! Er stürzt sich auf das Lenkrad, doch es ist zu spät. Mit einem orenbetäumten Lärm schlägt Metall auf Holz, das Auto kracht in den massiven Baumstamm und mit einem schmerzhaften Aufprall landen sie auf der Erde. Unter der verdellten Motorhaube steigt Dampf auf und Hedwig kreischt mal wieder panisch. Harry ist mit seinem Kopf gegen die Windschutzscheibe geknallt und hat nun eine Beule so groß wie ein Golfball. Na, zum Glück hat er keine Narbe am Kopf. Oh, da war ja was. Von Ron ertönt ein lautes, verzweifeltes Stöhnen. Harry fragt besorgt, ob mit ihm alles in Ordnung ist. Mit zittriger Stimme verweist Ron auf seinen Zauberstab, der angeknackst und fast in zwei gebrochen ist. Ich will jetzt nicht sagen, ne? Aber ich kenn da so'n Laden, der hätte den abkaufen würde, Ron. Rambertas Schradl beim Böckelwurz gefällt das. Die Spitze von Rons Zauberstab hängt vorne herab und wird nur noch von ein paar Splittern zusammengehalten. Harry öffnet den Mund, um seinen Freund zu beschwichtigen. Er will ihm gerade sagen, dass sie in der Schule bestimmt eine Möglichkeit finden, um ihn wieder zu reparieren. Doch dazu kommt er nicht. Denn genau in diesem Moment hämmert etwas mit der Kraft eines rasenden Stieres gegen die Wagentür auf Harrys Seite. Von der Wucht des Schlages erfasst, wird Harry gegen Ron geschleudert. Gleichzeitig wird das Dach von einem genauso heftigen Schlag erfasst. Ron keucht, was ist, und blickt durch die Scheibe. Harry folgt seinem Blick und kann sehen, wie ein Ast, so dick wie eine Pythonschlange, auf sie einschlägt. Der Baum, gegen den sie mit dem Auto gekracht sind, scheint sie anzugreifen. Die Krone des Baumes ist fast bis zum Erdboden gebogen, während die knorrigen Zweige auf jeden Zentimeter in Reichweite eindreschen. Ron schreit laut auf, als ein weiterer Ast eine tiefe Beule in die Fahrertür schlägt. Die Windschutzscheibe bebt unter der Last von einem regelrechten Hagelhieb und auch das Dach wurde von einem Ast so dick wie ein Rambock unter Beschlag genommen. Ron ruft, schnell raus hier! Mit aller Kraft wirft er sich gegen die Tür, doch ein teuflischer Schlag befördert ihn geradewegs in Harrys Schoß. Das Dach bricht ein und Ron stöhnt, dass sie nun erledigt sind. Doch plötzlich beginnt der Wagenboden zu erzittern. Der Motor ist wieder angesprungen. Harry brüllt, rückwärts! Fast so, als hätte das Auto gehört, was Harry gesagt hat, saust der Wagen zurück. Der Baum schlägt immer noch nach innen. Es scheint fast so, als würde er sich jeden Moment aus dem Boden losreißen. Doch schließlich haben sie es geschafft. Sie sind den Fängen des Todesbaumes entkommen. Ron keucht, das war knapp, gut gemacht, Auto. Die Jungs haben dieses halsbrecherische Abenteuer nahezu unbeschadet überstanden, der Wagen eher nicht so. Mit einem Klicken fliegen die Türen auf. Harry spürt seinen Sitz auf die Seite kippen und findet sich kurz darauf am feuchten Boden wieder. Laute, dumpfe Aufschläge verraten Harry, dass das Auto nun auch noch ihr Gepäck aus dem Kofferraum wirft. Hedwigs Käfig segelt durch die Luft und kracht auf. Unsere Bitsche-Eule beginnt mal wieder zu kreischen und fliegt, ohne die Jungs auch nur eines Blickes zu würdigen, in Richtung des Schlosses. Auch der leicht zerbeulte und zerkratzte Wagen macht nun einen Abgang, wütend mit den Rücklichtern blinkend. Kurz darauf ist er in der Dunkelheit verschwunden. Mit seinem kaputten Zauberstab fuchtelnd ruft Ron dem Wagen hinterher, dass er zurückkommen soll. Sein Dad wird ihn sonst umbringen. Doch all das Rufen bringt nichts mit einem letzten Ächzer des Auspuffs verschwindet das Auto nicht nur visuell, sondern auch akustisch. Tja, aber keine Sorge, liebe Zuhörer, es ist nicht das letzte Mal, dass wir diesen Wagen zu Gesicht bekommen. Niedergeschlagen fragt Ron, wie man nur so viel Pech haben kann. Er bückt sich hinunter, um Krätze, seine Ratte, vom Boden aufzuheben. Wäre irgendwie jetzt lustig gewesen, wenn Ron da in der Dunkelheit zu halb draufgetreten wäre. Ron fährt fort und sagt, dass sie von all den Bäumen ausgerechnet den einen erwischen mussten, der zurückschlägt. Erschöpft schlägt Harry vor, dass sie nun besser ins Schloss gehen. Tja, aus Harrys triumphaler Ankunft in Hogwarts ist leider nichts geworden, von wegen sanft auf dem Rasen landen. Das war eher ein brutal gegen den boxenden Baum scheppern. Mit steifen Gliedern, da fuck bitte was, das steht hier wirklich. Mit steifen Gliedern, unterkühlt und übersät mit Kratzern, nehmen sie ihr Gepäck und machen sich auf den Weg einen grasbewachsenen Abhang hinauf. Schließlich kommen sie bei der großen Eichenholztür an, oder wie Klaus Fritzes hier übersetzt hat, beim großen Eichen- Schlossportal. Da fuck, Alter. Ron sagt, dass die Feier wohl schon angefangen hat. Er lässt seinen Koffer am Fuße der Eingangstreppe fallen, oder wie Klaus Fritzes sie genannt hat, die Portal-Treppe. Ron huscht hinüber zu einem hell erleuchteten Fenster und blickt hinein. Er ruft, Hey Harry, schau mal die Auswahl! Harry eilt hinüber zu Ron. Gemeinsam schauen die Jungs durchs Fenster in die große Halle. Endlos viele Kerzen schweben in der Luft über den vier langen Tischen. Ihr Licht lässt die goldenen Teller und Becher funkeln. An der verzauberten Decke, die immer den Himmel von draußen widerspiegelt, glitzern die Sterne. Durch ein Dickicht aus schwarzen Hogwarts-Spitzüten kann Harry eine lange Schlange an Erstklässlern mit ängstlichen Blicken erkennen, die gerade in die Halle strömen. Aufgrund ihres leuchtend roten Weasley-Haares ist Ginny sehr leicht zu erkennen. Nun tritt Professor McGonagall hinzu, eine bebrillte Hexe mit strammen Haarknoten. Auf einen Stuhl legt sie den berühmten sprechenden Hut. Jetzt erklärt Rowling uns dummen Lesern nochmal, welche Häuser es in Hogwarts gibt und dass Slytherin böse und scheite ist. Einfach eine halbe Seite von bisher bei Harry Potter, deswegen skippe ich das jetzt mal, ne? McGonagall hat einen kleinen Jungen mit mausgrauem Haar aufgerufen. Harrys Augen wandern am Jungen vorbei zu Professor Dumbledore, dem Schulleiter mit dem langen, silbernen Bart. Durch seine halbmondförmigen Brillengläser, die im Kerzenlicht blitzen, verfolgt Dumbledore die Auswahlzeremonie. Ein paar Plätze weiter sitzt Gilder Lockhart, adrett gekleidet, in einen aquamarienblauen Umhang. Naja, der Gilderoy oder wie er im Dänischen heißt, Glitterixmörrar. Am Ende des Tisches sitzt Hagrid, der beschrieben wird als riesig und haarüberwuchert. Ja, wie auch immer. Der Wildhüter nimmt einige tiefe Schlucke aus seinem Becher. Harry bemerkt einen leeren Platz am Tisch und fragt Ron, wo Snape eigentlich ist. Rowling erklärt nun nochmal, wer Snape ist und dass Harry ihn hasst. Ja und eben dieser Snape scheint nun nicht an seinem Platz zu sitzen. Ron hat schon die Hoffnung, dass er krank ist und Harry erwidert, dass er vielleicht gekündigt hat, weil er schon wieder nicht Verteidigung gegen die dunklen Künste unterrichten darf. Ron entgegnet begeisternd, dass sie ihn vielleicht rausgeschmissen haben. Immerhin kann ihn ohnehin keiner ausstehen. Oder vielleicht... Plötzlich ertönt hinter den Jungs eine eisige Stimme. Will er wissen, warum ihr nicht dem Zug wart? Harry wirbelt herum. Vor ihnen steht Severus Snape. Sein schwarzer Umhang flattert in der kalten Brise. Rowling beschreibt für die an Amnesie leidenden Leser noch einmal Snapes optisches Erscheinungsbild. Er ist ein dünner, fahlhäutiger Mann mit Hakennase und fettigem, schulterlangem, schwarzen Haar. Der sonst so ernste Snape lächelt, aber auf eine Weise, die Harry verrät, dass sie in gewaltigen Schwierigkeiten stecken. Snape fordert die Jungs auf, ihm zu folgen. Harry und Ron trauen sich kaum einander anzuschauen und folgen Snape durch die große, wiederhallende und mit Fackeln erhellte Eingangshalle. Das Wort wiederhallend hat Klaus Fritz übrigens übersetzt mit von Echos durchzogen. Aha. Von der großen Halle her weht ein köstlicher Duft zu ihnen hinüber. Doch Snape führt sie geradewegs weg vom Licht und der Wärme, eine schmale Steintreppe hinunter, die zu den Kerkern führt. Snape öffnet eine Tür und scheucht die Jungs hinein. Zitternd betreten sie Snape's Büro. An den dunklen Wänden stehen Regale voller Einmachgläser, in denen alle möglichen abscheulichen Kreaturen vor sich hin schwimmen. Auf Deutsch schreibt Klaus Fritz, dass Harry sich im Moment nicht an die Namen der Kreaturen erinnern kann. Auf Englisch steht, dass Harry die Namen gar nicht wissen will. Der Kamin des Büros ist dunkel und leer. Snape schließt die Tür hinter ihnen und blickt die beiden an. Kühl sagt er. So, so. Der Zug ist also nicht gut genug für den berühmten Harry Potter und seinen treuen Freund Weasley. Die Herren wollten wohl mit großem Aufsehen ankommen, nicht wahr? Einer der beiden Jungs, ich vermute mal Harry, sagt, nein, Sir, die Absperrung in King's Cross sie. Doch Snape lässt ihn gar nicht ausreden und unterbricht ihn mit einem Ruhe. Kühl fragt der Zaubertranklehrer, was die Jungs mit dem Wagen angestellt hätten. Ron muss schlucken. Harry hat übrigens nicht zum ersten Mal den Eindruck, Snape könne Gedanken lesen. Er als Meister der Leglementik kann dies zwar auch, aber das muss er gar nicht, um zu wissen, dass die Jungs ein Auto geklaut haben. Der Hauslehrer von Slytherin entrollt die neueste Ausgabe des Abendpropheten. Eine scheinbar abendliche Ausgabe des Tagespropheten. Snape zischt wütend, man hat euch gesehen. Auf der Titelseite steht die Schlagzeile Fliegender Fort Anglia versetzt Muggel in Aufregung. Und ich find's cool, dass sie statt Auto Fort Anglia geschrieben haben. Klar, in einer Welt, in der die Leute nicht mal wissen, dass es Rolltreppe und nicht Trolltreppe heißt. Ja, es ist auf jeden Fall sinnvoll, das Modell hinzuschreiben. Da weiß ja jeder sofort Bescheid. Snape liest nun den Zeitungsbericht vor. Zwei Londoner Muggel sind davon überzeugt, einen alten Wagen über den Turm des Postamtes pflegen zu sehen, als Mrs. Hattie Baylis in Norfolk um die Mittagszeit ihre Wäsche aufhängen wollte. Mr. Angus flieht aus Pebel, schilderte der Polizei. Über die hier erwähnten Personen gibt es nicht so viel Spannendes zu sagen. Ich meine, sind ja auch Muggel. Mrs. Hattie Baylis kommt nur in diesem Buch hier vor. Sie stammt aus Norfolk, das ist eine Grafschaft im Osten von England, einem Teil der East Anglia genannt wird. Da hätten wir wieder eine coole Verbindung zum Fort Anglia, wobei sich der Name East Anglia eher auf die Anglosachsen bezieht, aber davon wollen wir erst gar nicht anfangen. Mr. Angus flieht ist auch nur ein unwichtiger Statist. Er kommt aus Pebels. Zwei interessante Dinge gibt es zu wissen. Zum einen kommt Angus flieht in der norwegischen Version gar nicht aus Pebels, sondern aus Glasgow, einer schottischen Großstadt. Warum man diese Erinnerung gemacht hat, weiß ich nicht. Und zum anderen liegt in der Nähe von Pebels der Glentress Forest, der laut J.K. Rowling die Inspiration für den verbotenen Wald war. Mehr gibt es darüber auch nicht zu wissen. Snape ist sehr wütend auf Harry und Ron. Er erklärt, dass sechs bis sieben Muggel sie insgesamt gesehen haben. Ja, warte nur, sechs oder sieben. Normalerweise ist es Harry, der nicht zählen kann. Es ist übrigens ein Wunder, dass es nur sieben Menschen sind. Immerhin sind sie in London gestartet. Snape setzt nun wieder sein böses Snape-Lächeln auf, und sagt an Ron gewandt, arbeitet dein Vater nicht in der Abteilung für den Missbrauch von Muggelsachen? Mein Gott, sein eigener Sohn. Ja, Arthur arbeitet in der Abteilung für den Missbrauch. Er ist ja dafür. Das findet er gut. Harry fühlt sich, als hätte ihm dieser verrückte Baum mit einem seiner Äste kräftig in den Magen geschlagen. Wenn irgendjemand herausfindet, dass es Arthur Weasley war, der den Wagen verhext hatte, daran hatte er überhaupt nicht gedacht. Snape hat natürlich noch nicht genug davon, den Jungs Ärger zu machen. Er fährt fort, bei meinem Kontrollgang durch den Park musste ich feststellen, dass eine sehr wertvolle Peitschende Weide beschädigt worden ist. Jetzt erfahren wir auch endlich, wie dieser komische Schlagbaum heißt, Peitschende Weide oder auf Dänisch Slagbobble. Fast noch lustiger ist Spanisch, da heißt es Was übersetzt die Boxende Weide heißt, Jaja, der Boxende Baum bei Harry Potter, man kennt's. Den Vogel abgeschossen haben die Franzosen, da heißt die Peitschende Weide Was so viel heißt wie Schlägerbaum. Ahja, oder auf Französisch Aui. Ja, manchmal ist es geil, die Wörter in verschiedenen Sprachen zu vergleichen und festzustellen, dass wir Deutschen doch keine komplett beschissene Übersetzung haben. Snape regt sich gerade über die Zerstörung der Peitschenden Weide auf, doch Ron entgegnet, dass der Baum ihnen mehr zugesetzt hat als die Jungs ihm. Snape wird ungehalten und veraucht Ruhe. Er fährt fort, zu meinem größten Bedauern gehört ihr nicht zu meinem Haus, euch der Schule zu verweisen erbelegt mir nicht. Deshalb werde ich jetzt die Leute holen, die die entsprechende Befugnis dazu haben. Ihr wartet hier. Harry und Ron werden plötzlich kreidebleich. Der Hunger ist Harry vergangen, ihm ist furchtbar übel. Er versucht nicht auf das Schleimige etwas zu achten, das da in einer grünen Flüssigkeit im Regal hinter dem Schreibtisch vor sich hinwabert. Wenn Snape jetzt Professor McGonagall holt, dann wird es ihnen kaum besser ergehen. McGonagall ist zwar um einiges fairer als Snape, dafür aber sehr, sehr streng. Zehn Minuten später ist Snape auch schon wieder zurück und wie sie befürchtet hatten, tatsächlich in Begleitung von Professor McGonagall. Harry hat die Hauslehrerin von Gryffindor schon öfters wütend erlebt, doch er hat vergessen, wie schmal ihr Mund werden kann. Kaum eingetreten, erhebt sie ihren Zauberstab. Oh oh, jetzt gibt's Ärger, jetzt werden sie auch in glibberige Viecher verwandelt und in so ein wabbeliges Glas bei Snape im Regal gestellt. Harry und Ron zucken schon zusammen, doch die Professorin lässt lediglich ein paar Flammen im Kamin erscheinen. Dann fordert sie die Jungs auf, sich zu setzen. Harry und Ron setzen sich auf die Stühle am Kamin. Mit unheimlich schimmernden Brillengläsern fordert die alte Dame nun eine Erklärung. Ron erzählt, was ihnen am Bahnhof Kings Cross passiert ist, von der Absperrung, die sie nicht durchgelassen hat. McGonagall stellt ihnen die Frage, warum sie denn keine Eule geschickt haben? An Harry gewann fügt sie hinzu, ich glaube, sie haben doch eine Eule. Aber ganz ehrlich, das ist doch auch schwachsinnig. Sollen dann Harry und Ron am Bahnhof Kings Cross noch Federkiel und Pergament hervorholen und dann Hebwig durchschicken oder was? Die Leute haben sie doch ohnehin schon blöd angeschaut. Als erstes einmal hätten die Kinder beim Auto auf Molly und Arthur warten können. Und vom Auto aus hätten sie einen Brief schreiben können, wäre auch okay gewesen, aber generell wäre alles klüger gewesen, als dieses Auto zu stehlen. Das dämmert auch Harry so allmählich. Bestürzt blickt er McGonagall an. Er erwidert, ich habe nicht gedacht. McGonagall unterbricht ihn richtig sassy und sagt, das ist mir klar. Gründe, warum ich Minerva liebe. Es klopft an der Tür. Snape, gut gelaunt wie nie, öffnet diese. Professor Dumbledore tritt herein. Harry spürt, wie sein ganzer Körper taub wird. Der sonst so ulkige Schulleiter ist plötzlich ungewohnt ernst. Er blickt sie entlang seiner krummen Nase an und Harry verspürt plötzlich den Wunsch, die peitschende Weide möge noch immer auf sie einprügeln. Ein langes Schweigen liegt in der Luft, dann sagt der Schulleiter, erklären Sie mir bitte, warum Sie das gemacht haben. Harry wäre es lieber gewesen, wenn Dumbledore sie angeschrien hätte. Die Enttäuschung, die in der Stimme des Schulleiters liegt, gefällt Harry überhaupt nicht. Aus irgendeinem Grund schafft es Harry nicht, Dumbledore in die Augen zu schauen, deshalb blickt er stattdessen zu seinen Knien. Er erzählt Dumbledore alles, naja, eigentlich fast alles. Dass der verzauberte Wagen Mr. Weasley gehört, erwähnt er nicht. Stattdessen tut er so, als hätten Ron und Harry den fliegenden Wagen ganz zufällig vor dem Bahnhof gefunden. Ihm ist klar, dass Dumbledore die Lüge sofort durchschaut, aber glücklicherweise möchte der Schulleiter keine Details über den Wagen wissen. Als Harry fertig erzählt hat, blickt Dumbledore sie einfach weiter durch seine Brille hindurch an. Wahrscheinlich ist er innerlich so halb eingeschlafen. Brrrr, oh, 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 achso, super gemacht, Harry, toll, ich meine, ich bin sehr enttäuscht. Mit matter Stimme sagt Ron, dass sie ihre Sachen holen gehen. McGonagall blufft ihn an und fragt, was Ron denn da redet. Harrys bester Freund entgegnet, dass sie doch bestimmt jetzt rausgeworfen werden. Dumbledore sagt, nicht heute, Mr. Weasley. Im Film war es McGonagall, die diesen Satz gesagt hat, nicht heute, Mr. Weasley. Und irgendwie habe ich nach diesem Satz immer erwartet, dass McGonagall so am nächsten Morgen um fünf bei den Kindern am Bett steht und sagt, heute, Mr. Weasley. Tja, im Buch sagt Dumbledore diesen Satz, deswegen ist es auch irgendwie nur so halbwitzig. Der Schulleiter erklärt, dass ihr Handeln ein schwerer Fehler war. Noch heute Abend wird er ihren Eltern schreiben. Dann spricht er eine Warnung aus. Wenn sie so etwas nochmal machen, dann muss er sie von der Schule verweisen. Snape gefällt das so gar nicht, dass die Jungs da so ungestraft mit davon kommen. Er macht ein Gesicht, als sei Weihnachten abgesagt worden. Sich Roisband erklärt, der Meister der Zaubertränke, dass diese Jungen das Gesetz gebrochen und darüber hinaus einen wertvollen alten Baum beschädigt haben. Dumbledore erklärt, dass die Jungs in Gryffindor sind. Daher obliegt es allein McGonagall über ihre Strafen zu entscheiden. An Minerva gewarnt sagt Dumbledore, dass er nun zurück zur Feier muss, da es noch ein paar Dinge anzukündigen gibt. Dann wendet er sich Snape zu und sagt, kommen Sie Severus, da steht eine köstlich aussehende Eiscreme-Torte, die ich zu gerne mal probieren würde. Ja, Snape hat ganz bestimmt mega Bock auf Eiscreme-Torte. Beim Hinausgehen wirft der Zaubertranklehrer den Jungs einen Blick puren Hasses zu. Nun sind sie allein mit Professor McGonagall, die sie noch immer anschaut, wie ein Adler auf dem Beuteflug. Die Lehrerin für Verwandlung trägt Ron auf, in den Krankenflügel zu gehen, da er verletzt ist. Hastig fährt sich Ron mit dem Ärmel über die Wunde an seiner Augenbraue und erklärt, dass es nicht schlimm ist. Dann sagt er, dass er eigentlich dabei zusehen wollte, wie seine Schwester den sprechenden Hut aufgesetzt bekommt. McGonny entgegnet, dass die Auswahlzeremonie vorbei ist und dass Ginny ebenfalls nach Gryffindor gesteckt wurde. Apropos Gryffindor? Harry unterbricht McGonny, er ahnt schon, was sie jetzt sagen möchte. Er grätscht ein und erklärt, dass das Schuljahr ja noch gar nicht begonnen hat, als sie das Auto geklaut haben. Deswegen sollten Gryffindor eigentlich keine Punkte abgezogen werden. McGonny schaut ihn mit einem durchdringenden Blick an und Harry bildet sich ein, den Anflug eines Lächelns in ihrem Gesicht erkennen zu können. Jedenfalls sieht ihr Mund nicht mehr ganz so schmal aus. Sie erklärt, dass sie Gryffindor keine Punkte abziehen wird, aber dass sie beiden Strafarbeiten erledigen werden. Ich bin mal gespannt, was sie dieses Mal für eine Aufgabe bekommen. Als sie nachts draußen war, war ihre Strafe nachts nach draußen zu gehen? Fehlt irgendwie nur noch, dass sie sagt, nichts, ich wiederhole, nichts, gibt einem Schüler das Recht, mit einem fliegenden Auto in die Schule zu kommen. Harry wird ganz leicht ins Herz. Jeder andere Schüler wäre für diese Aktion hochkant rausgeschmissen worden, nicht aber der berühmte Harry Potter. Selbst wenn sie mit dem Auto volle Kanne in die große Halle gebrettert wären, hätte man sie vermutlich nicht rausgeschmissen. Auch die Argumentation mit dem Punkte abziehen finde ich sehr dünn, zwar hat das Schuljahr noch nicht begonnen, als sie den Wagen geklaut haben, sehr wohl aber, als sie in den Boxen einen Baum gebrettert sind. Harry ist erleichtert, dass ihre Strafe so glimpflich ausfällt. Ja, Dumbledore würde den Dursley schreiben, aber die sind höchstens enttäuscht darüber, dass Harry von der peitschenden Weide nicht platt gedrückt wurde. Professor McGonagall erhebt abermeist den Zauberstab und richtet ihn auf den Schreibtisch von Snape. Mit einem leisen Knall erscheint wie aus dem Nichts ein Teller mit belegten Broten, zwei silberne Becher und ein Krug mit eisgekühlten Kürbissaft. Das klingt jetzt erstmal so, als würde McGonagall das Essen aus dem Nichts beschwören, das ist aber gar nicht möglich. Denn in der Zauberwelt gibt es Gorms Gesetz der elementaren Transfiguration. Dieses Gesetz werden wir in späteren Teilen genauer beleuchten. Für den Moment ist nur wichtig zu wissen, dass dieses Gesetz besagt, dass man kein Essen aus dem Nichts beschwören kann. Man kann es vervielfältigen und von woanders herbeirufen, aber nicht aus dem Nichts erscheinen lassen. Das heißt, das Essen, das Minerva da gerade beschworen hat, stammt vermutlich aus der Schulküche. Die strenge Professorin sagt den Jungs, dass sie hier essen und danach in den Schlafsaal gehen sollen. Sie selbst müsse zurück zur Feier. Klar, Snapp hat sicher nichts dagegen, wenn die Jungs da einfach alleine in seinem Büro chillen. Ich meine, warum denn nicht? Nachdem sich die Tür hinter McGonagall geschlossen hat, stößt Ron einen langen und lauten Pfiff aus. Er erklärt, dass er dachte, es wäre aus mit ihnen. Beherzt greift er nach einem der Brote. Harry stimmt zu und bedient sich ebenfalls. Mit dem Mund voller Hühnchen und Schinken erklärt Ron schmatzend, dass sie aber auch wirklich Pech hatten. Fred und George sind im Wagen um die fünf oder sechs Mal geflogen. Ja, was denn nur fünf oder sechs Mal? Lernt doch alle endlich mal zählen! Fred und George seien bei ihren Exkursionen allerdings nie von Muggeln gesehen worden. Ron nimmt einen weiteren gewaltigen Bissen und fragt dann, warum sie eigentlich nicht durch die Absperrung gekommen sind. Harry zuckt mit den Achseln und erklärt, dass sie von jetzt an vorsichtig sein müssen. Dann gönnt er sich einen großen Schluck Kürbissaft. Er merkt an, dass er sich wünschen würde, an der Feier teilnehmen zu können. Ron entgegnet, dass McGonagall vermutlich nicht wollte, dass die Jungs mit ihrer Geschichte angeben. Die anderen sollen nicht glauben, es sei eine tolle Sache, mit einem fliegenden Auto zur Schule zu kommen. Nachdem die Jungs so viele Schinkenbrote wie sie nur können verputzt haben, stehen sie auf und verlassen Snapes Büro. McGonagall hat den Teller so verhext, dass er sich immer wieder selbst nachfüllt. Die Jungs machen sich auf den Weg nach oben in den Gryffindor-Gemeinschaftsraum. Im Schloss ist es sehr ruhig, die Feier ist vermutlich zu Ende. Sie gehen vorbei an mummelnden Porträts und quietschenden Rüstungen, die schmalen Steintreppen nach oben. Schließlich erreichen sie den Korridor, an dessen Ende sich das Ölgemälde einer sehr fetten Dame in einem rosa Seidenkleid befindet. Dahinter verborgen liegt der geheime Eingang zum Gryffindor-Gemeinschaftsraum. Die fette Dame ruft Passwort. Und just in diesem Moment wird Harry klar, dass sie das neue Passwort zum Gemeinschaftsraum noch gar nicht kennen. Sie sind ja auch noch keinem Vertrauensschüler über den Weg gelaufen. Doch genau im richtigen Moment hören sie ganz zufällig hinter sich Fußgetrappel. Sie drehen sich um und sehen Hermine Granger auf sie zu rennen. Da seid ihr ja! Wo habt ihr gesteckt? Es gab ganz lächerliche Gerüchte. Jemand meinte, ihr wird rausgeschmissen worden, weil ihr ein fliegendes Auto geschrottet habt. Harry versichert Hermine, dass sie nicht rausgeflogen sind. Hermine legt nun einen Ton an den Tag, der fast genauso streng ist wie der von McGonagall. Sagt bloß, ihr seid tatsächlich hergeflogen! Unwürsch entgegnet Ron, dass Hermine sich ihren Vortrag sparen soll und ihnen stattdessen lieber das neue Passwort für den Gemeinschaftsraum verraten soll. Hermine verrät ihnen, dass es Wartvogel lautet, aber darum geht das jetzt nicht! Doch Hermine kommt nicht mehr dazu, irgendetwas zu sagen, denn plötzlich klappt das Porträt der fetten Dame zur Seite und ein Beifallsturm bricht los. Es wirkt so, als seien alle Gryffindors noch wach. Dicht gedrängt stehen sie im kreisrunden Gemeinschaftsraum auf die Tische und die bequemen Sessel verteilt. Einige Arme greifen nach Harry und Ron, Hermine muss hinter ihnen herklettern. Lee Jordan brüllt sie an, wie genial ihr Auftritt doch war! Darüber wird man noch in Jahren reden! Ein Fünfklässler, mit dem Harry noch nie gesprochen hat, aber von dem er weiß, dass er Fünfklässler ist, weil man das den Leuten ja auch ansieht, jedenfalls klopft ihm der Fünfklässler auf die Schulter und sagt, gut gemacht! Ganz so, als hätte Harry gerade einen Marathonlauf gewonnen. Fred und George drängeln sich zu ihnen hindurch und fragen, warum die Jungs die Weaslinge denn nicht zurückgepfiffen haben. Ron läuft schalachrot an und grinst verlegen. In der Menge kann Harry einen Jungen erkennen, der alles andere als glücklich aussieht. Hinter einigen aufgeregten Erstklässlern erblickt er Percy, der scheinbar gerade versucht, sich zu ihnen zu kämpfen, um ihnen eine Strafpredigt zu halten. Harry boxt Ron in die Rippen und nickt in Persys Richtung. Dieser versteht sofort und erklärt, dass sie nach oben müssen, da sie erschöpft sind. Sie bahnen sich einen Weg zu der Tür gegenüber des Raumes, die zu einer Wendeltreppe und damit in die Schlafseele hinaufführt. Harry ruft Hermine ein Nacht zu. Hermine hat übrigens den gleichen vorwurfsvollen Blick wie Percy aufgesetzt. Trotz der Schulterklopfer der Umstehenden schaffen sie es auf die andere Seite des Gemeinschaftsraumes und hinaus in die Stille des Treppenaufgangs. Hastig steigen sie bis ganz nach oben, bis sie endlich vor der Tür ihres alten Schlafsaals stehen, auf dem nun ein Schild mit der Aufschrift Zweitklässler angebracht ist. Harry und Ron betreten das runde Turmzimmer mit den fünf roten, samt behangenen Himmelbetten und den hohen, schmalen Fenstern. Ihr Gepäck ist bereits hochgebracht worden und steht vor ihren Betten. Schuldbewusst grinst Ron hinüber zu Harry. Er erklärt, ich weiß, ich hätte das nicht genießen sollen, aber... Aber er kommt nicht dazu, seinen Satz zu beenden, denn die Schlafsaaltür knallt auf und die anderen Jungs der Gryffindor-Zweitklässler kommen hinein. Seamus Finnegan, Dean Thomas und Neville Longbottom. Seamus ruft strahlend unglaublich. Dean sagt cool und Neville raunt ehrfurchtsvoll ein fantastisch hervor. Nun kann auch Harry nicht mehr anders und er muss grinsen. Und mit diesen Worten endet das fünfte Kapitel. Wow, Fabi hat nach einer gefühlten Ewigkeit mal wieder ein Kapitel in eine Folge geschafft. Ich bin begeistert. Ich fänd's cool, wieder in Hogwarts zu sein. Ich freu mich schon auf das nächste Kapitel. Die nächste Folge, die bekommt ihr in rund zwei Wochen am 14. September. Das ist aber eine Special-Folge, denn dreijähriges Jubiläum zum Podcast und ich würde euch sehr ans Herz legen, euch diese Folge anzuhören, denn ich habe eine sehr, sehr, sehr wichtige Ankündigung zu machen. Tja, aber was das ist, das verrate ich euch jetzt noch nicht. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuhören. Wir hören, sehen, riechen, schmecken uns dann alle das nächste Mal wieder hier beim Harry Potter Bookcast. Bis dahin, eine schöne Zeit. Euer Black Diagon Outtakes und ihn auf einen drehbaren Kran montiert, damit man das Auto bewegen kann. Ja, ich habe gerade auch meinen Arm etwas zu stark rotiert und dabei mein Glas runtergeschmissen. Ist aber heil geblieben. Ein anonymer Anrufer verriet der Polizei, wo sich das Besteck, das Besteck, das Versteck. Die Krone des Baumes ist fast bis zum Erdbogen gebogen. Mit aller Kraft wirft er sich gegen die Tür. Artikel verwenden wir aber noch. Der Baum schlägt immer noch nach Alter. Über die Personen, die in dem Zeitungsartikel erwähnt werden, gibt es nicht so viel Spannendes zu sagen. Ich meine, sind die auch Muggel, Alter. Wer will was vom Muggeln wissen? Die Lehrerin für Verwandlung Was unterrichten sie? Verw-ver-Verwandlung Das heißt, dass das Essen, das Minerva da gerade besprochen hat, vermutlich aus der Kul- Kul- Schüche? Was? Was denn für eine Kul- Schüche? Ich glaube, mein Feind schweift.